In dieser Stunde geht es um Walter Rathenau und mörderischen Hass auf die Demokratie in Deutschland. Der ist ja nicht bloß ein Phänomen der Vergangenheit. Als im Juni 2019 der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen wurde, weckte diese Tat böse Erinnerungen an politische Morde vor 100 Jahren in der Weimarer Republik, als sich der Hass auf die Republik und die Demokratie in Attentaten und Morden entlud. Das böse Ende ist ein deutsches Trauma bis heute, Untergang der Republik, Hitler, Massenmord als Staatsräson. Vor diesem Hintergrund haben wir fast ein Jahr lang in den Zeitfragen von Deutschlandfunk Kultur kurze Schlaglichter auf die Verhältnisse vor 100 Jahren geworfen. Angefangen mit dem Mord an einem der damals führenden Politiker der Republik, dem ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger im August 1921. Am Morgen des 26. August startet Matthias Erzberger ein letztes Mal in diesem Urlaub zu einer Wanderung auf dem Knibis, einen langgestreckten Bergrücken. Für den nächsten Tag ist die Rückfahrt nach Berlin geplant. Ausnahmsweise begleiten ihn nicht Frau und Tochter, sondern der Parteifreund Karl Dietz. Erzberger weiß, dass sich in letzter Zeit Unbekannte nach ihm erkundigt haben, doch er verzichtet auf Polizeischutz. Wegen des trüben Wetters ist kaum jemand unterwegs. Tillissen und Schulz sind nach einigem Zögern entschlossen, zur Tat zu schreiten. Auf dem Wanderweg oberhalb von Griesbach überholen sie die ins Gespräch vertieften Politiker. Dass sie gegen elf Uhr von zwei Männern überholt werden, registrieren Erzberger und Dietz kaum, beschließen aber wenig später, ihre Wanderung abzubrechen und kehren um. Schulz und Tillissen fürchten, dass sie die Gelegenheit verpassen, wenn sie nicht handeln. Sie laufen hinter den Abgeordneten her und holen sie rasch ein. Heinrich Tillissen zieht seine Waffe und schießt zweimal auf Erzberger. Weitere Schüsse treffen Karl Dietz. Schwer verletzt versucht Erzberger, sich abseits des Weges in Sicherheit zu bringen und rutscht den steilen Abhang hinunter. Am Fuß einer Tanne bleibt er liegen. Matthias Erzberger starb auf dem Spazierweg im Schwarzwald. 100 Jahre politischer Mord in Deutschland. Gemeinsam mit dem in Potsdam ansässigen Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung haben wir von August vorigen Jahres bis zum heutigen Tag schlaglichtartig beleuchtet, wie die Republik damals angegriffen wurde und wie sie mit der Demokratiefeindschaft umging, um ein Gespür für heutige Gefahren zu bekommen. Heute schließen wir diese Reihe ab und blicken auf den vielleicht klügsten Kopf, der in der Weimarer Republik ein Regierungsamt übernahm, den Außenminister im Jahr 1922, Walter Rathenau. Bei mir im Studio begrüße ich Professor Martin Sabro, den langjährigen Leiter des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Willkommen. Guten Abend, lieber Winfried Sträter. Professor Sabro ist Initiator und Organisator von Gedenkveranstaltungen, die in diesen Tagen zum 100. Todestag von Walter Rathenau stattfinden und er hat mit seiner Initiative und seinem wissenschaftlichen Rat maßgeblich an unserer Reihe mitgewirkt. Rathenau und der politische Mord vor 100 Jahren werden uns in dieser Zeitfragenstunde beschäftigen. Und dann auch die Verhältnisse in der Bundesrepublik nach 1949 und nach 1990. Denn der Hass auf die Demokratie war 1945 ja beileibe nicht besiegt. Herr Sabro, Walter Rathenau, wer war dieser Mann, der Ende Januar, Anfang Februar 1922 deutscher Außenminister wurde? Rathenau war eine Epochengestalt, aber in seiner Vielgestaltigkeit. Er war industrieller, er war intellektueller und er war Politiker, zuvor sogar Politikberater. Angehöriger der wirtschaftlichen und sozialen Elite durch seinen Vater, den Gründer der Deutschen Edison-Gesellschaft, der nachmaligen Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft und zugleich wegen seiner jüdischen Herkunft in gewisser Weise ein Paria. Und diese Doppelheit von Anerkennung und Ausgrenzung, Inklusion und Exklusion formten einen besonders talentierten Kopf zu einer Vielgestaltigkeit von Äußerungen. Eben als Schriftsteller, der Reformvorschläge unterbreitete, der politische Visionen entfaltete, aber auch als Pragmatiker, der sich in wirtschaftstechnischer Hinsicht bewährte. Und dann gibt es den Widerspruch, den viele Nachfahren von Industriellen haben. Sie sind nicht zufrieden mit der Rolle des Weiterführens eines Unternehmens. In Rathenau kämpften Kommerz und Kunst, künstlerische Neigung und ökonomischer Brotberuf. Und dieses beides zusammen ergab eine Mischung, die sich auf die verschiedensten Themen warf und immer sehr aktuell war, ein hellsichtiger Beobachter war, aber dann auch in manchen seiner Haltungen total daneben lag. Er, der Pazifist, weist die preußische Regierung darauf hin, dass sie ein Kriegsrohstoffproblem hat, das man schnell lösen muss. Und er wird der Organisator. Er war Pazifist? Er war Pazifist. Von Krieg kenne ich das Mittel der Auseinandersetzung. Aber als der Krieg da war, hat er alles dazu getan, um seinem Land, Deutschland, zum Sieg zu verhelfen, indem er diese Krux-Rohstoff-Versorgung organisierte. Und am Ende des Krieges, dessen Niederlage er vorausgesehen hatte, steht er da und veröffentlicht im Berliner Tageblatt einen Aufruf zur Volkserhebung, zur Levé en masse. Man denkt, wieso? Rationales Kalkül. Wir wollen Frieden, aber den Verhandlungsfrieden können wir nur erreichen, wenn wir mit einer Position der Stärke anrücken und nicht einer der Schwäche. Klug gedacht, betriebswirtschaftlich, massenpsychologisch fürchterlich. Rathenau ist mit diesem Aufruf als Kriegsverlängerer abgestempelt und am Ende des Krieges hätte niemand auch nur ein Butterbrot mit ihm teilen wollen. Umso erstaunlicher dann der Aufstieg wieder. Aber der kam erst nach dem gescheiterten Kap-Lütwitz-Putsch, als die Weimarer Republik merkte, sie braucht alle Kräfte, die sie hat, um die Republik zu stabilisieren. Er ist ja dann plötzlich relativ unerwartet, muss man ja wirklich sagen, Anfang der 20er Jahre doch politisch ins Spiel gekommen. Ja, als Wirtschaftssachverständiger gewann er im Zuge der Umsetzung des Versailles-Vertrages eigentlich Woche für Woche an Gewicht. Seine Überlegung war es, dass das wilde Aufbegehren gegen die empfundene Härte des Versailles-Vertrages eigentlich zu nichts führt. Und da ist es Rathenau's Idee zu sagen, lasst uns doch mal bilanzieren. Was verlangt der Versailles-Vertrag in seinen Bestimmungen? Am Ende können wir es nicht erfüllen. Und Rathenau's Überlegung war, einen direkten deutsch-französischen Kontakt zu etablieren. Tatsächlich scheint Rathenau damit auch Erfolg zu haben. Zunächst, er wird von einer neuen Regierung Wirt, Wiederaufbauminister. Und damit schafft sich Rathenau, auch wenn er dann als Wiederaufbauminister mit dem Ende der ersten Regierung Wirt zurücktreten muss, eine Basis, um Wirt die Chance zu geben, praktisch in die Regierung berufen zu werden. Und das geschieht am letzten Januartag 1922 als Außenminister. Da wird er Außenminister und hat eigentlich einen Plan, um Deutschland wieder ins internationale Geschehen einzubringen. Das ist die Situation, in der die große Konferenz von Genua stattfindet. April 1922. Im April, April-Mai. Also eine lang, mehrwöchige Konferenz. Und Rathenau sucht die Lösung zunächst in der Symbolpolitik. Er gibt eine weltläufige Figur ab. Seine Schlussrede wird, da hat ihm jemand ein Zitat zugesteckt von Petrarca, ich gehe durch die Welt und rufe Friede, Friede, Friede auf Italienisch. Gritando, Apache, Apache, Apache. Ganz großer Eindruck. Allerdings bei dem großen Ball, der dort veranstaltet wird, ist Rathenau isoliert mit seinem Staatssekretär. Und das hatte wiederum in der Tat mit Rapallo zu tun. Rapallo als der Badeort bei Genua kriegt den Namen eines Vertrages, den Rathenau gar nicht hatte so unbedingt schließen wollen. Weil er den Ausgleich mit den Westmächten wichtiger fand, als die Gefahr, die von Moskau drohen mochte. Aber es sieht so aus, als ob die britische Regierung und der Lloyd George gar nicht mit Deutschland verhandeln will, sondern direkt mit Russland verhandelt. Und man hat plötzlich das Gefühl, Deutschland ist ausgebotet. Und da fährt man nachts rüber zur russischen Delegation und da liegt der Vertrag dort und Ratner überlegt noch und unterzeichnet. Und am nächsten Morgen ist die Sensation da. Deutschland, anstatt auf seinem ausgleichenden, bescheidenen, übersichtlichen Weg zum Westen weiterzugehen, springt wieder zur Seite. Was ist das für eine Mittelmacht, die nicht weiß, ob sie nach Ost oder nach West gehört und dann so unzuverlässig mit den Russen abschließt? Lloyd George droht mit Abreise, also es ist ein Eklat. Die Verständigung mit den Westmächten war dadurch zwar unterbrochen, aber nicht abgebrochen. Wie es weitergegangen wäre, welche politischen Initiativen Rathenau entwickelt hätte, das bleibt im Dunkeln, weil Rapallo war im April 1922 und dann kam praktisch zwei Monate später der verhängnisvolle 24. Juni 1922. 100 Jahre politischer Mord in Deutschland. Eine Sendereihe von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung. Autorin, die Historikerin Elke Kimmel. Folge 45. Das Attentat auf Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922. Der 24. Juni 1922 ist ein Samstag. Walter Rathenau ist seit knapp fünf Monaten deutscher Außenminister. Deutschland ist nach dem verlorenen Krieg noch international isoliert, aber Rathenau hat in seiner kurzen Amtszeit bereits einen Kuh gelandet. Am Rande einer internationalen Wirtschaftskonferenz in Genua hat er einen Vertrag mit Russland geschlossen, den Vertrag von Rapallo. Damit hat sich Deutschland auf die Bühne der Weltpolitik zurückgemeldet. Im Reichstag ist dies von den Vertretern der demokratischen Parteien anerkannt worden. Kritik kam vor allem von den deutschnationalen. Ihnen und der völkischen Rechten ist Rathenau ein Dorn im Auge. Der Minister hat bereits zahlreiche Drohbriefe erhalten. Seine Freunde warnen ihn vor einem drohenden Anschlag. Widerwillig akzeptiert Rathenau den ihm angebotenen Polizeischutz. Der ehemalige Regierungschef Philipp Scheidemann ist vor wenigen Tagen einem Attentatsversuch knapp entkommen. Aber diese Tat hat kaum Aufsehen erregt. Immerhin scheinen Polizei und Justiz einen wichtigen Sieg über die Rechtsterroristen errungen zu haben, als ihnen die Aufdeckung der Organisation Konsul gelungen ist. Erwin Kern und Hermann Fischer stammen beide aus gutbürgerlichen Verhältnissen und waren während des Ersten Weltkriegs Offiziere, danach Freikorpsmitglieder. Ins zivile Leben haben sie nicht zurückgefunden. Beide studieren eher halbherzig, sie gehören der technischen Nothilfe und dem deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbund an. Sie bekämpfen die Republik und ihre Protagonisten. Außerdem sind sie Mitglieder der Organisation Konsul, die es offiziell nicht mehr gibt. Kern hat ein knappes Jahr zuvor erfolglos versucht, Kriegsverbrecher aus dem Gefängnis zu befreien. Ein zweiter Befreiungsversuch, den er gemeinsam mit Fischer im Januar 1922 unternimmt, ist erfolgreich. Mitte Juni reisen die beiden jungen Männer nach Berlin, um Walter Rathenau zu töten. Am 16. Juni beziehen sie und Ernst von Salomon Zimmer in der Pension Scheer in Berlin-Mitte. Am 18. Juni stößt der Berliner Student Ernst-Werner Techo zu der Gruppe. Von Salomon hat zwischenzeitlich ein Auto organisiert, das Techo aus Sachsen nach Berlin bringt. In Schwerin besorgen sie sich beim deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbund eine Maschinenpistole. Walter Rathenau wohnt in der Königsallee, einem Villenviertel im Berliner Grunewald. In der Nacht auf den 24. Juni hat er lange Gespräche mit dem Schwerindustriellen Hugo Stinnes geführt. Sein Arbeitstag beginnt an diesem Samstag deshalb später als gewöhnlich. Am Freitagabend kehren Kern, Fischer und Techo aus Schwerin zurück. Sie übernachten in Berlin-Schmargendorf bei einem Mann, der ihnen seine Garage kostenlos überlässt und dessen Mitarbeiter noch in der Nacht beginnt, das Auto zu reparieren. Ernst-Werner Techo setzt die Reparatur am frühen Samstagmorgen fort, da der Wagen noch nicht reibungslos läuft. Samstag, 24. Juni. Außenminister Rathenau verlässt am späten Vormittag sein Wohnhaus in der Königsallee. Auf Polizeischutz hat er auch an diesem Tag verzichtet. Seine Mitarbeiter warten bereits im Amt auf ihn. Es ist etwa 10.45 Uhr, als der Minister auf dem Rücksitz des offenen Wagens Platz nimmt. Gegen 10.30 Uhr macht sich Ernst-Werner Techo mit dem Auto auf den Weg Richtung Hallensee. Am Roseneck steigen Kern und Fischer zu. Gemeinsam fahren sie in die Nähe der Rathenau-Villa. Kern steigt kurz aus, um sich zu vergewissern, dass der Außenminister noch nicht ins Amt gefahren ist. Die Männer warten nun in einer Seitenstraße der Königsallee auf den Minister. 10.45 Uhr. Der Weg zum Auswärtigen Amt führt den Minister über die Königsallee und den Kurfürstendamm nach Berlinmitte. Im Fond des Cabrios raucht Walter Rathenau eine Zigarre. Ebenso wenig wie sein Chauffeur bemerkt er, dass aus einer Seitenstraße ein Auto in die Königsallee einbiegt und dem Ministerwagen folgt. Am Steuer des Verfolgerwagens sitzt Ernst-Werner Techo. In einer scharfen Rechtskurve beschleunigt er und setzt zu einem Überholmanöver an. Als die Wagen auf gleicher Höhe sind, feuert Erwin Kern mit der Maschinenpistole auf Rathenau. Hermann Fischer schleudert eine Handgranate in den Ministerwagen. Techo fährt nach der Tat mit hohem Tempo davon. Walter Rathenau sinkt zur Seite und liegt auf dem Rücksitz. Eine Krankenschwester sieht dies, eilt herbei, löscht das durch die Handgranate verursachte Feuer im Bodenraum des Autos und überzeugt den Chauffeur, zum Wohnhaus des Ministers zurückzukehren. Als sie dort gegen 11 Uhr ankommen, ist Rathenau bereits tot. Die Obduktion wird ergeben, dass ihn fünf der neun abgefeuerten Schüsse getroffen haben. Die Attentäter fahren weiter in Richtung Innenstadt, dann steigen Kern und Fische aus dem Auto, die Waffe haben sie zuvor ins Gebüsch geworfen. Techo fährt den Wagen zurück in die Schmargendorfer Garage. Die Mörder bummeln nach dem Attentat durch den Berliner Zoo. Zwei Tage später unternehmen sie eine Ruderpartie auf dem Wannsee. Die Öffentlichkeit in Berlin und anderen Städten ist entsetzt über das neuerliche Attentat. In vielen Städten demonstrieren hunderttausende Menschen gegen den rechten Terror und für die Republik. Die Empörung über den Mord reicht bis weit ins bürgerliche Lager. An den Trauerkundgebungen für den erschossenen Minister am 27. Juni nehmen allein in Berlin eine Million Menschen teil. Am selben Tag erhält die Berliner Polizei die ersten Hinweise auf die Mörder. Ein Bekannter der jungen Männer hat mit der Tat geprahlt und die Täter benannt. Drei Tage nach dem Mord verlassen Kern und Fischer Berlin. Techo hat sich bereits nach Thüringen abgesetzt. Am 28. Juni wird der erste Fahndungsaufruf der Kriminalpolizei veröffentlicht. Die drei Täter werden darin genau beschrieben. Fahndungsfotos veröffentlicht. Nur einen Tag später kann Techo, der Fahrer des Tatfahrzeugs, festgenommen werden. Der Onkel, bei dem er sich verstecken wollte, liefert ihn aus. Am 8. Juli gibt es einen konkreten Hinweis auf den Aufenthaltsort der beiden noch flüchtigen Attentäter. Nach einer abenteuerlichen Flucht und Fahndung werden Kern und Fischer am 17. Juli von Polizeibeamten gestellt. Erwin Kern wird in einem Feuergefecht erschossen. Hermann Fischer tötet sich selbst. Ernst-Werner-Techo wird im Oktober 1922 zu 15 Jahren Haft verurteilt. Elf weitere mit Verschwörer werden ebenfalls zu teilweise langjährigen Haftstrafen verurteilt. Elke Kimmel über die Ermordung von Walter Rathenau vor 100 Jahren. Es ist die letzte Folge unserer Reihe, produziert unter der Regie von Giuseppe Mayo in der Tontechnik Jan Fraune. Alle Folgen dieser Reihe können Sie im Netz abrufen unter 100 Jahre politischer Mord. Professor Martin Sabro, wir haben ja gehört, es gab schon eine Erschütterung in Deutschland nach dem Rathenau-Mord. Offenbar auch sehr viel stärker als nach dem Erzberger-Mord. War die Erfahrung dieses Mordes und die Erschütterung ein Momentum, das die Deutsche Republik in ihrer damals doch ganz schön schwierigen Lage hätte nachhaltig stärken können? Viele Anzeichen sprechen dafür, dass der Johannistag 1922 eine Zeitenwende hätte sein können. So vieles spricht dafür. Was wir eben Erschütterung nannten, war ein politisches Erdbeben, wie es die Weimarer Republik bis dahin nicht gesehen hatte und in dieser Weise auch nicht mehr sehen sollte. Im Grunde ist das demokratische Deutschland auf den Beinen, aber auf unsicheren Beinen, weil man gegen einen Feind kämpft, den man nicht kennt, von dem man nur weiß, er schlägt zu, wo er will, wann er will, wie er will. Und es ist kein Kraut gegen ihn gewachsen. Erst Erzberger, damals war die Organisation Konsul aufgedeckt worden, schien erledigt. Dann Scheidemann mit Blausäure, einer Klistierspritze mit Blausäure. Wenige Tage vor Ort. Ja, am Pfingstsonntag 1922. Und tatsächlich wurde übrigens das Rathenau-Attentat ursprünglich auch als Blausäure-Attentat geplant. Es war das Misslingen des Anschlags auf Scheidemann. Der Wind vertrieb die Blausäure und Scheidemann atmete glücklicherweise in dieser einen Sekunde nicht. Das hatte ihm das Leben gerettet. Und die Verschwörer gegen die Republik, und jetzt kommen wir allmählich zu den Hintergründen, die Verschwörer gegen die Republik dazu gebracht, eine andere, ebenso unbekannte Methode des Mordens auszuprobieren, vom fahrenden Wagen aus einen anderen im Wagen am Auto befindlichen Insassen zu töten. Dieses politische Erdbeben kann man sich nicht stark genug vorstellen. Allein wie die Nachricht durch Deutschland, durch die Welt läuft. Hier ist jetzt eine Hoffnung zugrunde gegangen. Es ist mehr als ein Politiker, der gestorben ist. Es ist plötzlich, das ist dieser Moment, in dem der Politiker zum Märtyrer wird, es ist eine Lichtgestalt, die Deutschland hätte führen können und die plötzlich durch eine Selbstermächtigung von völlig randständigen Figuren umgebracht werden kann. So wie der politische Mord ja immer eine Form der Selbstermächtigung des eigentlich Ohnmächtigen ist, der in einem Moment mit der Pistole in der Hand den Thronfolger von Sarajevo vor sich hat und Weltgeschichte schreiben kann mit einem einzigen durchgezogenen Abzug eines Revolvers. Dieses politische Erdbeben spielt sich auch im politischen Raum ab. Preußische Landtag, der Reichstag, sie alle Tagen und gellende Rufe, Mörder, Mörder durchheilen die Seele. Die Abgeordneten der Deutschen Nationalen Volkspartei werden zum Teil aus den Sitzen gerissen und rausgetrieben unter Schlägen, als am nächsten Tag Reichskanzlerwirt im Reichstag spricht, schaut er zur Rechten hin und sagt, da, da steht der Feind, der sein Gift in das Herz eines Volkes träufelt und dieser Feind, dieser Feind steht rechts. Eine harte Aussage, es gibt auch wütende Empörung auf deutsch-nationaler Seite, aber man hat doch den Eindruck, dass die Demokraten, und sie sind in der Mehrheit, dass sie jetzt auf Einigkeit setzen und auch auf Härte, auf Härte. Eine Million Menschen bei der Beerdigung auf der Straße, Hunderttausende vorher, und das doch nicht nur in Berlin, in Hamburg, in München, eigentlich überall. Und die Arbeiterparteien schließen eine Einheitsfront, was es vorher nicht gegeben hat und nachher auch nicht mehr geben sollte. Nur, gegen wen soll sich die Einheitsfront richten? Das Erste, was gemacht wird, ist, wir gehen in den Generalstreik. Vom Mittag des 27. Juni bis zum Morgen des 28. Juni ruht in Deutschland alles. Der Streik, so sagt dann auch ein Gewerkschaftsführer, ist kein Streik gegen, sondern er ist ein Streik für die Republik. Ja, mein Gott, wie jetzt? Er heißt Demonstrationsstreik. Er soll eine Einigkeit beschwören, die letztlich ohne Bodenhaftung ist. Die AEG hat nicht sofort eine schwarz-rot-goldene Flagge rausgehängt. Ein Trupp von Arbeitern stürmt in das Zentralgebäude. Wenn nicht in einer Stunde die Fahne weht, dann hängt da oben ein roter Lappen und ihr könnt sehen, wo ihr bleibt. Gut, dann hängt die schwarz-rot-goldene Fahne. Aber was besagt das? Es ist die ganze Energie einer mehrheitlich republikanisch organisierten, denkenden Gesellschaft, die nicht weiß, wo sie eigentlich mit dieser Energie hin soll. Und deswegen ist das Zusammenstehen der Demokraten eine so gut gemeinte, so gutwillige Demonstrationsgeste, der aber die Politik am Ende nicht folgt. Die Massenorganisationen, die sozusagen den Morast bilden, aus dem auch der Ratner-Mord letztlich sich näherte, wie der Deutsch-Völkische Schutz und Trutzbund, ich glaube, die größte Organisation überhaupt in der Weimarer Gesellschaft, wird verboten. So rechtsradikaler. Ja, also die strammste völkische, republikfeindliche Organisation überhaupt mit Millionen Zulauf. Und es gibt, anders als beim Erzberger-Mord, nur sehr wenige Bekundungen des heimlichen oder offenen Einverständnisses. Obwohl Rathenau ein Jude ist, der Antisemitismus ja jetzt, ich sage mal, der deutschen Gesellschaft nicht fremd war. Ja, also diese Skepsis hat in den ersten Tagen keinen richtigen Ausdruck. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht es eben ganz anders aus. Das heißt, das Momentum ist in der Tat keine Zeitenwende, weil dafür letztendlich dann doch die mentalen Voraussetzungen fehlen, die der Demokratie ein anderes Fundament gegeben hätten nach der Ermordung Rathenau. Ja, so würde ich es sagen, weil die Weimarer Republik ja eine Kompromissgeburt zwischen Traditionswahrung in schwerer Zeit und radikaler Demokratisierung mit sozialistischer Umgestaltung der Wirtschaft gewesen war. Sie war immer eine Republik des Lavierens. Und dieser lavierende Kurs, der wird im Moment der Empörung überwölbt. Einen interessanten Umstand hat Elke Kimmel in der Sendung beleuchtet. Die Attentäter fliehen nicht. Sie bleiben da. Ja, es wirkt wie eine besondere Frechheit, dass sie Tennis spielen wie Ernst Wander Techo, eine Ruderpartie unternehmen. Vor allem stehen sie am Alexanderplatz und in Steglitz und schauen, wo die Massen sind und was sie tun. Denn das Attentat hatte ja nicht den Sinn, oder nicht alleine den Sinn, einen jüdischen Deutschen zu ermorden oder einen Politiker aus dem Weg zu räumen. Nein, das Attentat diente dem Ziel, einen Bürgerkrieg zu initiieren, um damit der Brigade Erhard, die jetzt als Organisation Konsul im Untergrund... Also der Putschbrigade, die 1920 den Putsch gemacht hat. ...den den Kap- und Lüttwitz-Putsch militärisch gesichert hat, diese Brigade Erhard hatte im Untergrund so etwas wie eine Schläferarmee organisiert. Und Erhard selbst glaubte, ob man es teilt oder nicht, Hermann Erhard, der Kopf dieser Verschwörung, dass er innerhalb eines Tages über 100.000 Mann zusammenrufen könnte. Aber der Kap-Lüttwitz-Putsch hatte doch gezeigt, dass gegen die Reichswehr kein Putsch möglich ist. Man brauchte eine Situation, in der die Reichswehr selbst oder die Regierung die Brigade Erhard zur Hilfe rufen würden. Weil die Zustände in Deutschland in dem Bürgerkrieg ins Chaos taumeln würden. Und dieses Chaos zu erzeugen, das war die Aufgabe der Attentate gegen Scheidemann-Rathenau. Und es gab noch mehr, die auf einer Liste standen, die nicht mehr mörderisch abgearbeitet werden konnte. Unter anderem Reichspräsident Ebert. Und mit diesen Attentaten sollte Deutschland in den Bürgerkrieg gestürzt werden, damit dann in der Not die Reichsregierung die Truppen, die paramilitärischen Truppen der Brigade Erhard zur Hilfe rufen würden. Und dann würde Erhard, wenn dieser Plan gelingen würde, an der Spitze seiner Truppen den Marsch auf Berlin durchführen können. Und dieser Traum vom Marsch auf Berlin, der bleibt erhalten. Der bleibt erhalten mindestens bis zum Hitler-Ludendorf-Putsch im November 1923, an dem auch wieder Erhard beteiligt ist. Aber im letzten Moment seine Truppen, die an der thüringisch-bayerischen Grenze aufmarschiert sind, zurückhält, weil er Hitlers blindwütiges, vorzeitiges Losschlagen für absurd hält. Weil er damit die Reichswehr gegen sich aufbringt und den Fehler des Kap-Ludwitz-Putsches wiederholt. Und das Missing Link zwischen diesen großen Putschplänen zwischen 1920 und 1923 ist die Attentatserie von 1922. Und darum bleiben die Attentäter in Berlin, bis sie merken, dass erstens der Bürgerkrieg offenbar nicht kommt, sondern es weiter gemordet werden muss. Und dann setzen sie sich ab, aber nicht im Sinne der Flucht, sondern im Interesse der Reorganisation, um, wie Ernst von Salomon im Fragebogen schreibt, die weiteren Aufgaben, die jetzt anstanden, zu erledigen. Es ging darum, dass wir eine Situation schaffen, dass die Roten zuerst losschlagen. Und dann kommen wir und übernehmen die Macht. Und das ist diese Idee des Marsches auf Berlin, der Mussolinis Marsch auf Rom, auf seine Weise nachahmt. Und durch eine Entschlossenheit, die nicht in den Bürgerkrieg mündete, ist die Republik dieser Gefahr entgangen. Wir schauen immer auf die verpasste Demokratisierung in dem Moment. Man kann aber auch das Augenmaß loben, vielleicht klingt es sarkastisch, aber das Augenmaß loben, mit dem die Reichsregierung und die Länderregierungen durch diese Krise durchgekommen sind, der sich dann noch eine weitere anschließen wird von alliierter Seite mit der Ruhrkrise und ein weiteres Putschunternehmen. Und am Ende des Jahres 1923 hat die Republik all das überlebt. Sie hat ungeheure Krisen damals überlebt, aber heute wissen wir natürlich, sie ist am Ende Untergang. Am Anfang, wie Mark Jones sagte, war Gewalt, war die Gewalt. Aber die Gewalt schien oberflächlich zumindest abzuebben, nicht die Gewaltkultur und auch nicht die belizistische, die kriegerische, die militaristische Verfassung, die einen Teil des Landes in der Tat bewegte. Trotzdem, es führt keine unmittelbare Linie vom Ratner Mord zu Hitlers Machtantritt. Die Nazis selbst legten Wert darauf, dass der Mord nicht aus ihren Reihen geschah. Und tatsächlich ist der Ausdruck oder Aspekt einer erbitterten Konkurrenz der radikalen, gewaltbereiten Rechten. Und es trennen die elitären Freikorpsleute, die auf eine autoritäre Herrschaft auswahren, sehr viel von der rechtspopulistischen Massenbewegung Hitlers, die von Seiten dieser Freikorpsleute als Fortsetzung der Demokratie mit anderen Mitteln gesehen wurden. Dann machen wir mal diesen Sprung. Hitler, der Krieg, 1945, der Zusammenbruch, die Kapitulationen, die Alliierten besetzen Deutschland. So, jetzt gibt es zumindest in den Westzonen den zweiten Versuch, eine Demokratie in Deutschland aufzubauen. Sind die Deutschen zur Demokratie überhaupt fähig? Das ist ja eine der großen Fragen nach 1945 gewesen. Heute können wir uns fast entspannt zurücklehnen und sagen, ja, wir haben es doch gezeigt. Aber wenn man mal hinsieht, wie die Verhältnisse nach 1945 gewesen sind, sind sie keineswegs so viel besser in Sachen Demokratisierung gewesen, als es uns heute erscheinen mag. Elke Kimmel erinnert daran. Deutschland war seit Kriegsende besetzt, anders als 1918. Damals konnten die Deutschen nach dem verlorenen Krieg ihr politisches Schicksal selbst bestimmen. Sie stürzten den Kaiser, aber wurden nicht warm mit der Republik. Mit den bekannten Folgen. Gewalt, politische Morde, Putschversuche, grassierender Extremismus, Untergang der Republik. 1945 war die Niederlage total. Hitler-Deutschland hatte mit dem Völkermord an den Juden und Verbrechen in den unterjochten Ländern das Grauen des Ersten Weltkrieges in den Schatten gestellt. Aber konnte die Besetzung des Landes bessere Voraussetzungen für eine Demokratisierung bieten? War nicht vorprogrammiert, dass die erzwungene Übernahme eines politischen Systems von den Siegermächten innerlich abgelehnt würde? Für die Alliierten stellte sich nach 1945 die große Frage. Waren die Deutschen ihrem Führer und dem Nationalsozialismus so verbunden wie dem Kaiser und dem Reich nach 1918? Ein Großteil der heutigen Widerstandskämpfe sind in Wahrheit nichts anderes als nichtsnutzige Landesräte, die im Solle des Auslandes gestanden haben. So klang die Stimme eines Hitlergefolgsmanns in der jungen Bundesrepublik. Otto Ernst Rehmer, ehemaliger Wehrmachtsoffizier. 1951 redete er in einer Versammlung der Neonazistischen Sozialistischen Reichspartei. Rehmer war aktiv an der Niederschlagung des Aufstands vom 20. Juli 1944 beteiligt. Im rechtsradikalen Milieu der Bundesrepublik kämpfte er darum, dass der 20. Juli nicht als Aufstand des Gewissens, sondern als Landesverrat wahrgenommen wurde. Die Bundesrepublik verstand sich einerseits als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, wollte andererseits aber einen klaren Trennstrich zu Hitlers Deutschland ziehen. Daher war der Kampf von rechts um die Deutung der NS-Geschichte vor allem ein Kampf gegen das demokratische Selbstverständnis der Bonner Republik. Schon im November 1949 äußerte der Abgeordnete Wolfgang Hedler von der Deutschen Partei im Deutschen Bundestag, Die Deutsche Partei stellt fest, dass Deutschland die geringste Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hat. Schuld an unserem Elend tragen die Widerstandskämpfer, denn Deutschland ist nicht an totaler Erschöpfung, sondern am Verrat oder an der Sabotage durch die Widerstandsbewegung zugrunde gegangen. Das klang wie der Versuch, eine neue Dolchstoßlegende in Umlauf zu bringen, um das noch unsichere Fundament, auf dem die neue Republik stand, zu erschüttern. Unterbrochen von Beifallsbekundungen aus dem Plenum des Bundestages fuhr Hedler fort. Schumacher macht so viel Aufhebens von der Hitler-Barberei gegen das jüdische Volk. Ob das Mittel, die Juden zu vergasen, das Gegebene gewesen ist, darüber kann man geteilter Meinung sein. Vielleicht hätte es auch andere Wege gegeben, sich ihrer zu entledigen. Die Deutsche Partei, deren Mitglied Hedler war, war nicht irgendeine Rechtsaußenranderscheinung im Bonner Parlament, sondern in einer Koalition, Teil der Regierung unter CDU-Kanzler Konrad Adenauer. Nur zögerlich reagierten die Regierungsparteien. Anfang 1950 wurde Hedlers parlamentarische Immunität aufgehoben. Er musste sich in Neumünster vor Gericht verantworten und wurde freigesprochen. Angeblich lagen nicht genügend Beweise für seine Hetzreden vor. Nach Protesten aus der Bevölkerung wurde das Urteil revidiert. Aber Hedler musste nur einen Teil der Strafe absitzen und wurde begnadigt. Die Deutsche Partei war noch bis 1960 an allen Bundesregierungen beteiligt. Sie kam auf drei bis vier Prozent Wählerstimmen, errang allerdings bis zu zehn Direktmandate, ehe sie sich 1961 auflöste, weil immer mehr ihre Mitglieder zur CDU abwanderten. Der Schatten des Scheiterns der Weimarer Republik lag noch lange über dem politischen Neubeginn nach 1945. Wie rückwärts gewandt waren die Deutschen nach 1945? In Umfragen gaben 1947 55 Prozent der Befragten an, dass der Nationalsozialismus eine gute Idee gewesen sei, die allerdings schlecht umgesetzt worden sei. In der Bundesrepublik rangierte Adolf Hitler in Umfragen zu den größten deutschen Politikern des 20. Jahrhunderts weit oben, nicht weit hinter Konrad Adenauer. Mitte der 50er Jahre sah nicht einmal die Hälfte der befragten Bundesbürger in ihm den Verantwortlichen für den Zweiten Weltkrieg. Höchster Vertreter der USA in der Bundesrepublik war nach deren Gründung der Hohe Kommissar John J. McCloy. Am 31. Dezember 1950 äußerte er sein Unbehagen über die alliierten Bemühungen um Entnazifizierung und Demokratisierung der deutschen, respektive westdeutschen Gesellschaft. Es wäre undenkbar und unvertretbar gewesen zu versuchen, fast acht Millionen ehemalige Mitglieder der Nazipartei selbst, zusammen mit ihren Angehörigen vermutlich etwa 30 Millionen Menschen, aus der Gemeinschaft auszugrenzen oder sie als Ausgestoßene zu belassen. Mit sehr wenigen Ausnahmen wurden die ehemaligen Nazis, die jetzt Positionen von irgendwelcher Bedeutung innehaben, entnazifiziert. Mit anderen Worten, sie wurden durch Rechtsverfahren dafür qualifiziert, ihre jetzigen Ämter zu bekleiden. Dass es besser wäre, wenn gewisse Individuen dem öffentlichen Leben fernblieben, kann nicht bestritten werden. Für McCloy war noch offen, wie sich die Bundesrepublik entwickeln würde. Es gab beunruhigende Indizien. In Niedersachsen erreichte die neonazistische Deutsche Reichspartei, die die Rechtmäßigkeit der Bundesrepublik leugnete und den von Hitler ernannten Großadmiral Dönitz als rechtmäßige Staatsoberhaupt betrachtete, bei der Landtagswahl 1951 11 Prozent. Ein Jahr später wurde diese Partei als verfassungsfeindlich verboten. Zeitgleich formierte sich in der FDP der sogenannte Naumann-Kreis, ein Netzwerk ehemaliger NS-Spitzenfunktionäre in der liberalen Partei. Deren Ziel war, wie der Namensgeber Werner Naumann im November 1952 sagte, eine liberale Partei am Ende in eine NS-Kampfgruppe umzuwandeln. Der Versuch scheiterte, denn die britischen Besatzungsbehörden nahmen Naumann und sechs seiner Gesinnungsgenossen Anfang 1953 fest. Proteste in der deutschen Öffentlichkeit führten aber dazu, dass die Gruppe zunächst an die deutschen Behörden übergeben und schließlich schon im Sommer 1953 entlassen wurde. Die deutschen Richter sahen keinen hinreichenden Tatverdacht. Bei Wahlen erreichten die verbliebenen Rechtsparteien allerdings immer weniger Menschen. Antisemitische Einstellungen blieben aber verbreitet. So glaubte 1958 fast jeder Vierte Befragte, es sei besser, wenn in Deutschland keine Juden leben würden. Ein Jahr später, zu Weihnachten 1959, erschütterte eine Welle antisemitischer Schmiererei in die Bundesrepublik und nährte den Verdacht, dass das demokratische Fundament, auf dem die Bundesrepublik stand, brüchig war. Mit Entsetzen vernahm nicht nur die deutsche Bevölkerung, auch das Ausland die Nachricht von der Schändung der eben erst wieder aufgebauten Kölner Synagoge und des Kölner Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus. Das meldete der Rias nach Weihnachten 1959. Hakenkreuze und Deutsche fordern Juden raus hatten zwei 25-jährige Mitglieder der rechtsradikalen Deutschen Reichspartei an die Synagoge geschmiert. Die Tat erregte internationales Aufsehen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin, Heinz Galinsky, kommentierte, Die Synagogenschändung in Köln stellt eine Kette unliebsamer Ereignisse in der Bundesrepublik dar. Die Warnungen, die von unserer Seite in letzter Zeit erhoben wurden, sind immer wieder verniedlicht worden. Nach der Tat folgte eine Welle antisemitischer Schmierereien und Ausschreitungen in der ganzen Bundesrepublik, in West-Berlin und in mehreren westlichen Ländern. Plötzlich grassierte die Angst, dass die Bundesrepublik von der Vergangenheit eingeholt würde. Im Berliner Abgeordnetenhaus gab der regierende Bürgermeister Willy Brandt eine Erklärung ab. Wenn man die Meldungen aneinander reiht, könnte man meinen, eine weit verstreute Brigade des Teufels habe Urlaub bekommen und sei auf uns losgelassen worden. Bundesinnenminister Gerhard Schröder, CDU, bekannte in einer Regierungserklärung am 18. Februar 1960, Wir stellen uns ernsthaft der Frage, ob wir den nach 1945, insbesondere seit der Bildung der Bundesrepublik 1949, eingeschlagenen neuen Weg ohne Beeinträchtigung fortsetzen können. Fast 700 Anschläge dokumentierte ein Weißbuch der Bundesregierung in den Wochen nach Heiligabend 1959. Der Rektor der Freien Universität Berlin sagte auf einer Demonstration vor 3000 Studenten, Für uns, die Professoren und Studenten der Berliner Hochschulen, ist das eine ernste Mahnung, den Anfängen zu wehren. Elke Kimmel über die gar nicht so kleine Demokratiefeindschaft in der frühen Bundesrepublik. Deutschlandfunk Kultur bei mir im Studio. Professor Martin Sabro, langjähriger Direktor am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Sabro, wir haben uns eben über die schwierigen Verhältnisse der Weimarer Republik und der Demokratie in Weimar unterhalten. Wenn man auf die Frühgeschichte der Bundesrepublik und die Voraussetzungen blickt, muss man eigentlich sagen, die waren fast eher noch schwieriger. Ja, und lange Zeit haben wir als Historiker auch den Umstand, dass die zweite deutsche Demokratie sich dann doch etablieren konnte, für etwas selbstverständlich gehalten. Wenn wir sehen, dass es fast das einzige Mal ist, dass eine oktroyierte Ordnung tatsächlich dann auch im Laufe der Zeit angenommen wird und wurde und wird, dann wird es immer mehr eigentlich zu einem Erklärungsbedürftigen fast Wunder. Mit dem 131er-Gesetz wandern die entmachteten nationalsozialistischen Eliten der Zeit wieder in die öffentlichen Ämter ein. Und vielfach, wie wir das im Rahmen der Behördenaufarbeitung gesehen haben, sind ganze Ministerien, Behörden tief von früheren Nationalsozialisten durchsetzt. Und das zeigt sich ja auch in der Praxis, etwa der Justiz. Das ist doch genau das Phänomen, das man bei Weimar analysiert hat. Nach 1918 sind die alten Eliten in ihren Machtpositionen geblieben. Und deswegen konnten sie den neuen Staat halt eben unterminieren. Jetzt ist in der Bundesrepublik Rücken Anfang der 50er Jahre sozusagen alte Eliten wieder ganz schön. Aber nicht mehr als Nazis. Genau, es passiert etwas völlig anderes. Das ist doch wirklich ein Phänomen. Ja, also die Zäsur ist viel tiefer. Die Revolution 1918, die in den Straßen etwa Berlins tobte, war schon im Grunewald auf dem Spaziergang nicht mehr so richtig zu spüren, wie Harry Graf Kessler etwas spitz bemerkte. Die Zäsur von 1945, wenn sie nicht sogar von 1939 anzusehen ist, reichte tiefer und zerbrach im Grunde ja jede geplante Lebensentwicklung aller Deutschen, soweit sie überhaupt überlebten. Es ging in den ersten Monaten der neuen Ordnung nicht um die Zukunft, sondern um das Überstehen der Gegenwart. Die Rückkehr zur Normalität, das Heute spielt eine Rolle. Die Vergangenheit gar keine Rolle. Die Zukunft eine geringe Rolle. Das Dritte ist die Moralische, der moralische Bankrott, der vielleicht schwer zu gewichten ist, im Einzelfall auch vielleicht keine große Rolle spielte, aber in der gesellschaftlichen Gesamtwirkung doch eben nicht mehr die Rückkehr oder den Revanche-Gedanken der Zeit nach 1918 erlaubte. Insoweit sind die Bedingungen anders, trotz der scheinbaren oder partiellen Parallelen. Und dann kommt das hinzu, was später mal als Demarkt-Patriotismus bezeichnet wird, der Erfolg einer Wirtschaftsordnung im Rahmen einer stillen Modernisierung unter Adenauer, die tatsächlich viele mit dieser neuen Ordnung versöhnt, gar nicht so sehr in politischer Hinsicht. Adenauer hat sie ja kurz erwähnt. Sie können jetzt als Historiker sozusagen aus einer abgeklärten Position heraus urteilen. Als handelnder Politiker ist er natürlich gewissermaßen im Dunkel der Gegenwart. Und in dem Sinne muss man sagen, hat er offenkundig ein Gespür dafür gehabt, dass wenn er mit den Leuten versucht, eine neue Gesellschaft aufzubauen, dass er zum einen keine Alternative dazu hat, zum anderen aber auch die Chance, dass tatsächlich daraus eine andere Gesellschaft und eine demokratische Gesellschaft wird. Dem kann ich zustimmen. Und man muss hinzufügen, dass ja auch Konrad Adenauer als Figur seiner Zeit nicht die Begrifflichkeiten, die Trendschärfe hatte, wie wir sie heute sehen. Die Sätze gegenüber Hans Glopke, also Bundeskanzleramt oder vertriebenen Minister Thier oder Oberländer, wenn man kein sauberes Wasser hat, muss man Dreckiges nehmen, die reflektieren vielleicht eine momentane Stimmung. Aber ansonsten, das Wort Auschwitz sickert allmählich ein. Das Wort Holocaust wird noch 30 Jahre dauern, bis es überhaupt in den Denkhorizont der Zeit kommt. Und die Deutschen verstehen sich selbst als Opfer der Umstände und nicht diejenigen als Opfer, die wir heute sehen, die von ihnen verfolgten, die mit dem Begriff des Zivilisationsbruchs heute erfasst werden. All das muss man natürlich in Rechnung stellen, wenn man diesen Neuanfang sehen will, der tatsächlich auch zu Verkürzungen führt, die vielleicht zeittypisch nicht anders waren. Hermann Lübbe hat das zum 50. Jahrhundert der nationalsozialistischen Machtübernahme, Machtergreifung, Ergreifung gesagt, man konnte dann nicht anders als über ein gewisses Schweigen die Gesellschaft reintegrieren. Das würden wir heute wie in Bezug übrigens auf die Revolution 2018, 2019 etwas differenzierter sehen wollen. Aber tatsächlich hat der vordergründige Sieg der neuen Ordnung machtgestützte, durch die alliierten Machtgestützte Sieg der neuen Ordnung vieles mitschleifen lassen, was wir dann im Zuge der sogenannten Fundamentalliberalisierung, der 68er-Bewegung, der Durchsetzung einer Erinnerungskultur, die sich den Opfern der Deutschen und nicht den Deutschen als Opfern mehr zuwendet, das wurde dann erst eigentlich bereinigt und durch eine Denkwelt abgelöst, die heute von einer Wertedemokratie spricht und damit nicht nur die Verfassung und nicht nur den Euro oder die Mark meint. Der Sieg der neuen Ordnung ist ja unbestreitbar, aber der Sieg hat vielleicht auch ein wenig überdeckt, dass es Begleiterscheinungen und Entwicklungen in der Bundesrepublik nach 1949 gegeben hat, die vielleicht aus heutiger Perspektive ernster zu nehmen sind, was die Gegenwart und Zukunft anbetrifft, als das in der Vergangenheit geschehen ist. Philipp Schnee über Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Daniel Köhler ist ein junger Terrorismusexperte. Er hat eine Datenbank zu rechten Terrorakten in Deutschland erstellt und wurde überrascht. Ja, absolut. Das muss ich so sagen. Ich dachte tatsächlich, das ist relativ schnell erledigt. Da gibt es nur eine Handvoll Gruppen, die man halt so kennt. Zum Beispiel Werksperber-Hoffmann oder auch die Kameradschaft Süd oder Freikorps Haveland, das sind so die Neueren. Aber wenn man wirklich sich mal die Daten anschaut. Daniel Köhler hat das systematisch und akribisch getan. Verfassungsschutzberichte, Gerichtsurteile, Presseartikel, antifaschistische Archive. Seine Datenbank listet vereitelte oder erfolgreiche Zitaten von 1971 bis heute auf. Zwölf Entführungen 174 bewaffnete Überfälle 123 Sprengstoffanschläge 2173 Brandanschläge 229 Morde mit rechtsextremen Motiven. Seit 1963 hat Köhler 92 rechtsterroristische Gruppen und Einzelpersonen identifiziert. Die Zahlen sind relativ das Minimum von dem Feld an rechtsextremer terroristischer Gewalt, das wir in Deutschland bekanntermaßen wissen. Ich gehe davon aus, dass das Dunkelfeld um einiges größer ist. Die Zahlen zeigen für mich auch auf, dass es in Deutschland eine lange, kontinuierliche Geschichte gibt von rechtsterroristischer Gewalt, die eben nicht nur anhand einzelner isolierter Anschläge oder mal einzelner Gruppen sichtbar wird, sondern die sich wie ein roter Faden durch Nachkriegsdeutschland zieht, die im Vergleich der Wahrnehmung auch der wissenschaftlichen Bearbeitung, der juristischen Bearbeitung massiv unterschätzt wird. Seit knapp einer Woche sind die Beamten des Sonderdezenats Terrorismusbekämpfung mit Presslufthämmern und Baggern fieberhaft damit beschäftigt, die Residenz des 43-jährigen Schildermalers Karl-Heinz Hoffmann buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Die Beweismittelsuche in dem oberfränkischen Schloss Amreuth brachte den Fahndern denn auch einen dicken Fisch ein. Zwischen ein und zwei Kilogramm des hochexplosiven Sprengstoffs TNT wurden in dem Anwesen der Chefs der verbotenen Wehrsportgruppe und seiner ebenfalls verhafteten Lebensgefährtin entdeckt. 70 Aktivisten und 400 Sympathisanten zählte die Wehrsportgruppe, als sie im Januar 1980 verboten wurde. Wir werden zwar jetzt nun diesen Wehrsport in dieser Uniform nicht mehr tun, wir werden abchecken, was wir noch tun dürfen und was nicht, aber wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art und Weise. Seit 1973 hatte Karl-Heinz Hoffmann Anhänger in seiner Wehrsportgruppe um sich geschaut. Lange wurden die paramilitärischen Kampfübungen von einigen Politikern und Medien als harmloses Freizeitvergnügen abgetan. Wie ernst er die Drohung nach dem Verbot meinte? 19. Dezember 1980. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unklar geblieben sind bis zur Stunde die Hintergründe des Doppelmordes von Erlangen, der in der Bundesrepublik politische Besorgnis ausgelöst hat. Opfer sind der jüdische Verleger Schlummer-Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Schlummer-Levin war Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Der Täter Uwe Behrendt, Kader der Wehrsportgruppe Hoffmann. Karl-Heinz Hoffmann half ihm bei der Flucht in den Libanon. Eine Mittäterschaft konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Als er vermutlich einem Besucher, das Haus öffnete, von vier Schüssen mit einer Waffe vom Kaliber 9 mm tödlich getroffen. Auch die im angrenzenden Wohnzimmer aufgefundene Frieda Pöschke wurde durch vier Schüsse getötet. Ein Bericht aus dem Jahr 1981. Seit dem Sommer letzten Jahres ließ Hoffmann im Libanon eine 15-Mann-starke Gruppe deutscher Extremisten in Nahkampf und Waffengebrauch unterweisen. Zweck der Übungen, die so gedrillten Rechtsradikalen sollten später in der Bundesrepublik den bewaffneten Kampf aufnehmen. Von den Absichten jener Auslandsaktivitäten erfuhren die deutschen Fahnder durch Überläufer. Der 23-jährige Ottfried Hepp, bekannter Rechtsextremist aus dem Badischen und zwei ehemalige Mitglieder der Wehrsportgruppe, setzten sich aus dem Lager ab. Ottfried Hepp, eine der schillerndsten Figuren des rechten Terrorismus. Lange Sozialisation und Karriere in neonazistischen Gruppierungen, Verurteilung und Gefängnis, paramilitärische Ausbildung im Nahen Osten, Terrorist, später Flucht in die DDR, Stasi-Tätigkeit im Nahen Osten. Und mit seinem Freund Walter Kexel, Anführer einer der wahrscheinlich professionellsten rechten Terrorgruppen in der Bundesrepublik. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Krausser ist einer der profundesten Kenner des bundesdeutschen Terrorismus. Es ist unverkennbar, dass im öffentlichen Bewusstsein rechtsterroristische Anschläge viel weniger erinnert werden als linksterroristische Anschläge. Es hat maßgeblich damit zu tun, dass es starke politische Kräfte in der alten Bundesrepublik gegeben hat, die überhaupt kein Interesse daran hatten, dass es sozusagen eine Art von Problembewusstsein gegenüber dem Rechtsterrorismus gab. Philipp Schnee über Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Deutschland von Kultur im Gespräch mit Professor Martin Sabro. Vor welchen Herausforderungen steht die Bundesrepublik heute in einer Zeit, in der vielleicht das demokratische Fundament nicht ganz so sicher ist, wie es in der Vergangenheit schien? Also einen Punkt, den man machen muss, den hat Wolfgang Krausser angesprochen, wie lange war die Bundesrepublik in ihren behördlichen Instanzen, aber auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung auf dem rechten Auge blind. Das würde man für die heutige Gegenwart nicht mehr sagen können, meine ich. Ich habe gerade den jüngsten Verfassungsschutzbericht für das Land Brandenburg mir angeschaut, in dem der Innenminister oder für den der Innenminister Brandenburg sagt, dass der Linksextremismus sowohl im bundesweiten Vergleich als auch in Relation zum Rechtsextremismus deutlich weniger relevant sei. Das ist eine Umkehr, die auch vielleicht damit in Verbindung steht, dass die Weimarer Republik wieder in den Blick geraten ist. Also in der historischen Perspektive suchen wir ja immer Antworten aus der Vergangenheit, wo es Überlappungszonen, wo es Ähnlichkeiten gibt. Und man kann diese Wiederkehr Weimarer das öffentliche Bewusstsein nicht alleine, natürlich auch nicht alleine aus der hundertjährigen Wiederkehr erklären, sondern auch aus diesem neuen Gefühl von Ungewissheit, von Unsicherheit, ob das, was wir mit der historisch-kritischen Aufklärung erreichen wollten, wie ein Generationsprojekt, ob das dann eigentlich gescheitert ist oder ob es nicht greift oder ob sich Gesellschaften der Moderne damit abfinden müssen, dass es einen rechten Saum gibt, einen Saum der Antidemokraten, der zur Gewalt neigen kann, wenn es nicht verhindert wird, der bis zu einem Viertel der Bevölkerung ausmacht. Das ist ja, wenn wir den Blick weit, nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein europäisches, während der frühe Rechtsextremismus, den wir am Anfang besprochen hatten, nach 1945, natürlich seine klaren Wurzeln im Nationalsozialismus haben. Es kommt hinzu, dass die Links-Rechts- Unterscheidung nicht mehr so greift wie früher. Der Verfassungsschutzbericht weiß es noch genau, aber wie man diese Melange aus Selbstverwaltern, Querdenkern, Corona-Gegnern eigentlich zusammenfassen will, die ja ein Substrat bildet und in dem gemeinsamen Modus der Staatsverachtung sich findet, in der Weigerung, die demokratischen Institutionen des Staates anzuerkennen, das ist eine neuartige Herausforderung, vor der man steht und für die die Geschichte wenig Lösungsmöglichkeiten anbietet, wie er überhaupt jede Zeit zwar aus dem Vergleich mit der Geschichte Orientierung gewinnen kann, aber keine Blaupause für das, was im eigentlichen zu tun ist. Wenn wir noch mal auf Weimar schauen, treten aus meiner Sicht deutlich die Unterschiede zutage. Die Gewalttaten, über die wir hier gesprochen haben, richteten sich in der Regel nicht gegen die politische Prominenz der ersten Reihe, sondern, wenn ich an Walter Lübcke, die Ermordung Walter Lübckes vor drei Jahren denke, an die Kommunalpolitiker und Politiker der zweiten Reihe, die weniger Staatsschutz genießen, gefährdeter sind, oft als Bürgermeister auch das Handtuchwerfen aufgeben wollen, weil sie mit diesem Maß an Bedrohung und Feindseligkeit nicht fertig werden, da ist ein deutlicher Unterschied und dann sehe ich nur bei der Wehrsportgruppe Hoffmann und bei einzelnen anderen terroristischen Langzeitaktivitäten diesen Organisationsgrad, der in der Weimarer Republik selbstverständlich war, weil es diese rechtsradikalen Verbände gab, aus denen rekrutiert wurde, weil es ein Massenphänomen war, gegen die Republik aufzustehen, Waffenlager zu unterhalten. Dieses Substrat fehlt nicht und das verbindet sich mit dem Dritten. Wir haben heute eine doch demokratisch deutlich gefestigte Mitte der Gesellschaft, die sehr breit ist und die einen, wie ich meine, erinnerungskulturellen Konsens pflegt, der auch heute wieder in Zweifel gerät, in der Tat, aber wir haben hier eine doch gesicherte demokratische Mitte, bürgerliche Mitte in unserer Gesellschaft, die wir damals nicht hatten. Und das Letzte, was ich sagen möchte, die Attentate richteten sich gegen oft Zufallsopfer, sie waren nicht in der Weise gerichtet, sie wurden oft auch begangen oder werden oft begangen von Leuten, die selbst am Rand der Gesellschaft stehen, während die besondere Gefahr des Terrorismus, des Rechtsterrorismus in der Weimarer Republik darin bestand, dass es ja gerade die Söhne des Bürgertums von, wie Ernst von Salomon schreibt, die Nachkommen von Kunstprofessoren, Beamten, Regierungsrichtern, Kriminaldirektoren, die diese Attentate begangen und sich in einer Kumpanei mit der Justiz und ihren eigenen Anklägern bewegten, weil der gemeinsame Feind die Alliierten waren, denen man keine Geheimnisse offenbaren wollten. Das erklärt auch diese oft schandbar schwachen Urteile gegen die Organisation Konsul und andere Rechtsradikale. Es gab dort ein geheimes Band des Einverständnisses, dem gegenüber die Opfer auf die Ausgegrenzten waren. Das hat sich heute geändert und insoweit schaue ich dann doch optimistisch in die Zukunft auch des Umgangs mit rechtsradikaler Gewalt, die wir in diesem einen Jahr Vielen Dank.